Eine Schweizer Legende Es war hoch oben in den Bergen, dort, wo kein Gras, ja nicht einmal mehr Moos wächst. Kaum Tiere können dort oben leben, nur der Raubvogel kreist und schreit über der grauen Steinwüste. Es ist so kalt, dass das Wasser fast das ganze Jahr hindurch als Schneekristall von der Erde herniederfällt. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, dann schmilzt der Schnee. Das Wasser verdampft oder versickert unter der Schneedecke und wird zu Eis. Und so liegen dort oben zwischen den Berggipfeln ungeheuer große und dicke Eismassen. Und wie alles Wasser, das vom Himmel kommt, so will auch dieses der Erde und den Menschen dienen. Nachts, wenn es still wird, dann kannst du hören, wie es sich leise zu Tal schiebt. Manchmal bricht es und manchmal hört es sich an wie das Stöhnen und Klagen von Menschen. Das sind die Gletscher und manche der Gletscher dringen bis tief in die bewohnten Täler vor. Am Rande eines dieser Gletscher stand eine Hütte und dort wohnte eine alte Frau. Ihr Mann war Jäger gewesen und einmal war er mit ihrem Sohn über den Gletscher gegangen, um Gämsen zu jagen. Doch sie waren nie zurückgekommen. Und so blieb die Alte allein in ihrer Hütte am Gletscher. Die Leute brachten ihr Flachs, denn sie spannen so fein und gleichmäßig wie keine weit und breit. Zum Lohn erhielt sie alles, was sie zum Leben brauchte. Neben den Lebensmitteln erbart sie sich auch Kerzen. Und die Leute brachten sie ihr gern, denn sie wussten, dass die Alte immer eine Kerze zum Gedenken an die Toten anzündete. Dort oben im Gletscher, in den Spalten, zwischen den Winterstürmen und den Schneelawinen, hausten die Seelen derer, die im Leben hartherzig gewesen waren gegen Arme und Kranke, Alte und Schwache, die wenig Liebe gezeigt hatten gegen Mensch und Tier. Jeden Abend, wenn es dunkel wurde, dann hörte sie auf zu spinnen. Sie stellte eine brennende Kerze ins Fenster, öffnete die Tür einen Spalt breit und dann legte sie noch ein paar dicke Scheite auf das Feuer. Danach ging sie zu Bett Und Abend für Abend hörte sie, wie die Toten vom Gletscher herunterkamen, denn sie fanden Schutz und Wärme bei ihr in der Hütte. Sie sprach ein Gebet für sie und schlief dann friedlich ein. Einmal, da hatte sie sehr lange gesponnen. Sie hatte zurückgedacht an die Zeit, als ihr Kind um sie herum gespielt hatte und ihr Mann abends mit seiner Beute aus den Bergen heimgekommen war. Und so hatte sie die Zeit vergessen. Auf einmal hörte sie ein Klopfen und Kratzen. Sieht nur, die Alte, sie spinnt noch. Ach, wie uns friert. Und auf einmal war die Tür aufgegangen und die Toten waren hereingekommen und es war schon zu spät gewesen, um noch ins Bett zu gehen. Von der Zeit an dachte sie immer rechtzeitig daran, die Kerze ins Fenster zu stellen und die Tür einen Spalt breit zu öffnen. So vergingen viele Jahre. Eines Wintermorgens kamen zwei Hirten zu ihr empor. Sie brachten Flachs und neue Vorräte zu der Alten. Sie fanden sie auf dem Bett liegen, die Hände gefaltet und ein Lächeln auf den Lippen. Sie war tot. Da ging der Jüngere hinunter ins Tal, um alles für die Beerdigung vorzubereiten. Der ältere Hirte saß den ganzen Tag an ihrer Seite. Am späten Nachmittag kam der Jüngere Hirte mit ein paar Männern herauf und sie brachten einen Sarg. Gemeinsam legten sie die Alte hinein. Inzwischen dämmerte es und sie zündeten zwei Kerzen an ihrem Kopfende an. Wie einsam sie hier oben gelebt hat. Der alte Hirte schüttelte den Kopf. Allein vielleicht, aber nicht einsam. Sie hat hier oben viele, viele Freunde gehabt. Seht nur, und er deutete aus dem Fenster. Vom Gletscher herunter kam eine lange Reihe bleicher Gestalten. Jede trug eine brennende Kerze. Es waren gerade so viele, wie die alte für die Toten entzündet hatte. Die bleichen Gestalten stellten sich in einem weiten Kreis um die Hütte auf. Da öffnete der alte Hirte die Tür. Und sie sahen, wie die alte sich erhob, hinausging, auf die Toten zu. Und die bleichen Gestalten verneigten sich vor ihr und reichten ihr eine brennende Kerze. Und mit der alten Frau voran, entfernten sie sich in einer langen Reihe und stiegen den Gletscher hinauf. Doch sie verschwanden nicht in den dunklen Gletscherspalten. Wie ein leuchtendes Band zogen sie höher und höher und weiter und weiter den Gletscher hinauf. Und ein rötlicher Glanz verbreitete sich über dem Eis. Und schließlich gingen sie auf in der großen himmlischen Glut. Seit dieser Zeit müssen die armen Seelen nicht mehr in dem kalten Eis hausen. Denn die Liebe und Fürsorge der alten Frau hat sie aus dem kalten Eis befreit. Befreit.